Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, der heute zeigst du mit FreakZoMC und eine nette Dame. Hello. Ja, moin, Berliner sagt erstmal gar nichts. Das war's komplett. Können wir das bitte vom Hintergrund ausmachen? Hallo, ich bin Annelie, Berliner. Hallo. Ich bin Annelie. Ich glaube, das war mein Kanzel. Ja. Es ist gut. Annelie, ich bin ein paar Korinste. Ja, ich bin ein paar Korinste. Ja, ich bin ein paar Korinste, aber ich bin ein paar Korinste. Radiant, ne? Ja. Also, ich bin ein paar Korinste, mein Paar, Frau, meine Ehefrau, was auch im... Und sie kann Bescheid nicht singen. Nein. Ja. 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 Meine Drei schon gar nicht singen. Leiferte kommen die Gegner das ist mit dir Lacken Da kommt nur ein Piegen und bei Pfeffel maximal 3 bis 4 Ena? Ja? Wie geht's dir denn los? Gut Wie geht's dir? Auch gut. Und dir? Maschallah, mir geht's auch gut Ich hab gehört, du willst ein neues Lied rausfinden oder hast du schon? Keine Ahnung Ich hab eine Planung, also jetzt schon gearbeitet Ich war grad in der Runde mit dieser YouTuberin und danach wurde ich gekickt Was stoppen Freileise Freileise Nein Ich bin bomgedämmel Verheißer Sein Vater Doch kein Verheißer Sein Vater Auf wen Wollte ich euch fragen Wieso seid ihr eigentlich zusammen gekommen? Ähm Eine Geschichte Das war so Äh, Lena? Ähm Ah, seid ihr ein glückliches Pärschen? Seid ihr beide glücklich, dass ihr zusammengekommen seid? Ja 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 Alles Niemand weiß ja nie, ob wir noch streiten oder nicht Ich glaub nicht, dass ihr niemals geht Ich glaub nicht, dass ich streiten werde Nein Ihr seid weilerisch gechillt Ihr seid weilerisch gechillt Äh Ach gut Ich war wieder falsch Woh Gechillt Kann ich diese MP haben? Kann ich diese MP haben? Ich hab zwei Stücke gefunden, er hat wohl gechillt Scheiße Was? Was? Melina vergisst immer, dass sie kein Ähm Geleid hat Warte, Mosi Warum? Ja, du bist auch ein bisschen Gehen und zu Nicht nur Ähm Antworten Wie bitte? Ich mein Selina Warte Und dann Ich... Du musst mir nicht um alles geben Man Machst aber extra Ich hab Jump Lippen, die können gleich in die Zone Das wird glaub ich vielleicht ein safiest Epic win sein Vielleicht Dem einige Versuch mal ein bisschen zu geben Hoffe ich hätte Ei Ähm Ich hab was geiles gefunden, sag ich mal Ein ethisches Ich zeig dir, ich zeig dir. Krieg ich bitte! Ich bitte! Bitte! Melina, ich hab nur grad zu den Kills genommen. Bitte! Bitte! Gib mal den Air-Sniper! Komm lass traden, komm lass traden. Ich geb mir meine ganze Waffen. Nö. Nö. Was willst du dafür? Dein Host, dein... Nähma. Aber ich hab mich selber gefunden. Willst du mich verarschen? Solina, dafür. Ah, ich vergesse immer, dass wir mit Fallschaben haben. Äh, gib mir deine Jakub. Was? Gib mir kurz deine Jakub. Nimm. Oh ja, jetzt kann ich ihn auch sagen. Bitte! Bitte! Ich geb dir, ich geb dir vier Minis und ein Diegel. Nee. Mein ganze Waffen! Ich hab schon die Waffen, die ich brauche. Aaaaah. Soll man dann traden? Nein. Nein. Tu deine Waffe da echt, tu auch meine Waffen. Aaaaah. Nein Aaaaah, ich kann dir nicht glauben. Ich kann dir nicht glauben. Schiss! 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 Komm, lass uns die mal zur Zone gehen. Mein Freund, mein Freund ist nicht so dumm, die ist schlau. Ich hab's nicht so dumm. Ich hab's nicht so dumm. Ich hab's nicht so dumm. Kann jemand nach oben bauen? Äh, ja ich mach schon. Ich mach schon. Ich mach schon. Ne, ne. Eine Mombe-Ropferze. Boah. Ah, nur die Lacht so voll süß, gib doch zu. Ja. Ok du hast schon einfach nicht, aber trotzdem siehst sie. Meine Süße. Fresse. Kann jemand ein P-Money runterwerfen? Boah, die Krab. Okay, Alter. Du bist eine Zone, Goh! Boah! Ach weh da! Mann, ich will dir helfen, dein Paar! Das ist cool! Vor allem, wann ich hier ruhig gefühlt bin, du bist ein Navy Snapper! Warte, ich dachte, wir müssen die Stimme sehen! Ah ja, ne? Alles wegen dir! Hast du das gehört, was du gesagt hast? Mitten in der Aufnahme, Alter! Ja, ich glaube, das ist stumm, ja! Weißt du heute, das Gegner? Wo, ich geh push! Na, mach das, mach das! Baby, warte kurz! Pass auf! Hinter euch! Wo hinter euch? Nein, egal! Nein, egal, egal! Ey, warte, lass die Droh öffnen! Okay, warte mal! Könnt ihr mal auf mich warten? Komm! Komm! Wie ist das außen? What the fuck is this? Ähm, guck mal! Hier sind noch Gegner, hier ist doch was sogar! Arbeit! Wollen wir Gegner? Komm, 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 komm! Ich geb' mir Jungs Leute! Dann gib ich dir dir, ich schwöre! Nein! chillュbeld중 sagt ich und mit dem wo wo ist er hier aber komm mal ich hab kein metz ich hab's ich hab's ich hab's wir müssen tun ich hab einen jungen und da haben wir gesagt aber warum sorgst du mich bei den Gegnern aber seite leder seite leder seite seite von mir dabei diesen gut 10 ap 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 11 ap 11 11 12 13 13 15 ein Mikrofon hat abgekackt A das war's komplett so ein Gruppenkeil Nein, ich glaube ich will, dass die Squad-Wenn hat Nachts die Runde genommen wird wenigstens äh, bleh! Aber ich kack die Scham Was denn? Ich bereit hatte Uuuuuh, Elina Dank Adi Allah, wenn er bei Yes, man mit dem Piratenkopf So merkst du jetzt diesmal den Skin Habt die Ender aus keinen anderen Skin? Ähm Ich kack's so um mein ganzes Leben, aber normal ist Gott, verkack's immer Ja, weil du auch dumm bist, weil du auch meistens bei Arena spielst Ich kack's nicht Ich kack's nicht Ich kack's nicht Ich kack's nicht Lazy Lagun Ich war lange nicht mehr da Okay Ich war lange nicht mehr Lazy Ich kack's nicht mehr Mh Wir wollen Lazy Ich kack's nicht mehr Ich kack's nicht mehr Machen wir nur Lack, Junge, ich muss alles zensieren wegen dir Machen wir nur wegen dir Ich würd' mal sagen, das war eine leckere Truhe. Na, hast du Waffen? Ja. Brauchst du Schild? Nein, weil du mir sonst nicht alles gibst. Ähm, nein, ich doch nicht. War halt, ist immer was, was mein Schild hier ist. Nur einen Ruhig zu stellen.